Ja, herzlich willkommen zum Update, was ist neu im Juni 2020 bei Microsoft Teams. Mein Name ist Alexander Eggers und ich freue mich, dass Sie heute mit reingeschaltet haben. Wir wollen uns angucken, was jetzt diesen Monat, also im Juni, neu gekommen ist und wir werden auch wieder den Ausblick machen, was kommt denn alles neu, was ist angekündigt worden und ja, wir fangen gleich an mit den eigenen Hintergründen hochladen. Wir haben ja die Hintergründe schon länger, die wir nutzen können und wir können auch eigene Hintergründe benutzen. Da gab es bisher so ein Workaround, der war ein bisschen kompliziert. Neu dazugekommen ist jetzt also, dass wir hier die Möglichkeit haben, in den Hintergrundeinstellungen hier oben sehen wir das, einen eigenen Hintergrund hochzuladen. Das ist im Juni auf jeden Fall neu dazugekommen. Sie können also Ihr Hintergrund aus Ihrer Firma, zum Beispiel ein eigenes Logo oder ähnliches in den Hintergrund setzen. Da sind die Möglichkeiten vielfältig und der Fantasie freien Lauf gelassen. Dann haben wir die Möglichkeit, dass Teams und Skype jetzt miteinander kommunizieren kann. Nicht Skype for Business, sondern die Privat-User-Variante Skype. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, wenn der Administrator das denn aktiviert hat, dass wir in Teams heraus Personen, die nur Skype-Nutzer sind, anrufen können. Wie sieht das Ganze aus? Das ist nochmal die Administrationseinstellung dazu, wo das aktiviert werden muss. Und wenn wir dann in den Chat gehen und tragen dort eine E-Mail-Adresse ein von Personen, die eigentlich nur in Skype drin sind, dann wird das extra angezeigt. Wir sehen das hier rot umrandet, dass es ein Skype-User ist und haben dann die Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren. Wichtig an der Stelle ist halt, es geht ausschließlich Plain Text. Also wir können nur Texte schreiben, keine Emojis, keine Dateienhänge. Das geht alles nicht und wir können auch nur Videokonferenzen eins zu eins machen, keine Gruppenchats, keine Gruppenvideokonferenzen eins zu eins. Aber nichtsdestotrotz, ja, ein gutes Update, weil wir müssen dann quasi nicht noch eine zweite Konferenzlösung oder Videolösung nebenbei haben, neben Teams und Skype, sondern Teams alleine reicht jetzt, um mit Skype-Personen zu chatten und zu Videokonferenzen zu machen. Dann haben wir Start eines Meetings. Der Screen ist jetzt erneuert worden. Wenn Sie also im Webbrowser ein Meeting starten, dann gibt es eine neue Übersicht. Das scheint noch ein bisschen buggy zu sein. Auf jeden Fall kommt die nicht jedes Mal. Aber hier wird entweder angeboten, also die Windows-App runterzuladen oder im Browser weiterzumachen oder die Teams-App zu öffnen. Das war vorher auch schon so. Es sah halt nur nicht so schön aus. Also es ist einfach nur eine visuelle Änderung, die sich ergeben hat. Dann haben wir ein ganz wichtiges Thema Privacy. Also, dass wir ein bisschen mehr geschützt sind, was unsere Telefonnummern angeht. Folgender Hintergrund. Ich lade zu einem Meeting ein mit mehreren Personen. Und da sind auch externe Personen dabei. Und wenn ich mich jetzt aus meiner Firma aber einwähle in das Meeting per Telefon, mit der Audio-Conferencing-Lizenz geht das ja, dann rufe ich an und meine Rufnummer wird im Standard angezeigt in dem Teams-Call. Jetzt ist es eben besonders neu und das sehen wir hier, wenn also ein externer Gast mit dabei ist, dann wird demjenigen meine Rufnummer nur mit Sternchen maskiert angezeigt. Das heißt, er hat keine Möglichkeit, meine abgehende Rufnummer zu sehen. Insofern ist also zum Beispiel meine Handynummer, wenn ich vom Handy aus anrufe, dagegen geschützt, dass ein Externer diese Handynummer nun sehen kann. Eine kleine Einstellung nur, aber finde ich durchaus praktisch. Ja, die Kollegen von den Macs sind jetzt auch glücklich, denn ihr Safari konnte bisher kein Meeting-Audio. Wenn sie also im Safari an einer Teams-Session teilgenommen haben, mussten sie sich immer per Audiokonferenz noch, also per Telefon irgendwie einwählen. Das brauchen sie jetzt nicht mehr. Mikrofon und Lautsprecher werden dann angeschlossen, können also zum Sprechen und zum Hören mit benutzt werden in Safari, wenn man dann dort ein Microsoft-Meeting macht, ein Teams-Meeting macht. Dann eine neue Funktion. Ich weiß gar nicht, wer das so schon gesehen hat. Über die Aktivitäten haben wir jetzt hier ein Zahnrad. Dieses gab es vorher nicht. Und was passiert, wenn wir das Zahnrad anklicken? Ja, wir kommen in die Einstellungen rein. Also an den Punkt, wo wir normalerweise über unser User-Menü gehen mussten, in die Einstellungen, kommen wir jetzt quasi mit dem Zahnrad direkt in die Benachrichtigungen rein und haben jetzt hier die Möglichkeit, unsere umfangreiche Benachrichtigungen auszuwählen, wie wir dann im Aktivitäten-Feed benachrichtigt werden wollen. Also einfach ein schnellerer Punkt, um dort hinzukommen und gerade auch für User, die neu anfangen mit Teams, ist es vielleicht ein bisschen einfacher, als das in den Optionen-Menü wiederzufinden. Ja, dringende Nachrichten, die gibt es ja schon länger. Es war immer angekündigt worden, dass die irgendwann kostenpflichtig werden sollen. Mitte März ist dann auch mal angekündigt worden, zum 1. April, am 30. März ist es dann plötzlich wieder zurückgenommen worden. Jetzt ist es offiziell announced worden, angekündigt worden. Dann dringende Nachrichten hier bleiben kostenlos. Also der Empfänger wird alle 2 Minuten benachrichtigt darüber, dass ich ihm was geschrieben habe, bis er entweder antwortet oder die 20 Minuten halt um sind. Wird jetzt immer drinnen bleiben. Ja, wer von Ihnen ein Teams-Telefon im Einsatz hat, ganz kurz, auch da gab es ein Update. Die Usability ist ein bisschen anders geworden. Wir haben zum einen einen People-Tab dazu bekommen. Das heißt, wir haben also hier die Möglichkeit, schneller auf unsere Kontakte zuzugreifen am Teams-Telefon, als auch die Option, dass wir jetzt neu dazu gekriegt haben, Turn-on-Live-Captions. Das heißt, wir können sehen, was jemand spricht. Natürlich wie in der Desktop-App auch, nur auf Englisch bisher. Und wir haben auch die Möglichkeit von Raise Hands, Lower Hands, Raise Hands haben wir hier. Also auch am Teams-Telefon haben wir jetzt diese Meeting-Eigenschaften, die wir auch an der Desktop-App neu gekriegt haben, haben wir jetzt also auch am Teams-Telefon mit dabei. Sperren des Telefons, das ist ja auch ein Thema gewesen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Teams-Telefon im Einsatz hat, aber sie sind ja angemeldet als User an dem Teams-Telefon. Und was ein bisschen doof war, wenn man den Arbeitsplatz verlassen hat, ist ja das Teams-Telefon immer angemeldet geblieben. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, dass wir also hier das Ganze koppeln mit dem Laptop. Wenn denn Bluetooth aktiviert ist, kann man die Geräte miteinander koppeln. Da müssen gewisse Voraussetzungen gelten. Gleiche Version, Windows-Desktop-App, 64-Bit, kein ARM-Prozessor. Also so ein paar Voraussetzungen gelten da, aber im Prinzip koppelt man das Telefon mit dem Rechner. Und wenn das der gleiche User ist und man verlässt also mit dem Laptop den Raum, dann meldet sich das Telefon automatisch ab und wenn man wieder reinkommt, meldet sich es wieder an. Also das ist sicherlich ein schönes Feature. Wir haben das jetzt hier noch nicht nachgestellt, aber ich glaube, das ist schon mal sehr hilfreich. Dann gibt es auch für den Surface Hub, wie hier beim Surface Hub 2S, ein neues Update für Teams. Das heißt, wir haben zukünftig auch die 3x3-Galerie-Ansicht. Wenn wir also ein größeres Teams-Meeting haben, können sich mehr Personen sehen. Das ging ja bisher nicht. Dann haben wir die Meet Now-Funktion, können also auch Leute jetzt einladen, direkt am Surface Hub so eine Meeting-Session zu starten. Und wir können auch eingehende Anrufe am Teams Hub annehmen. Das ging bisher nicht. Nur abgehende Anrufe waren bisher möglich. Wenn wir also Calling aktiviert haben, die Calling-Pläne oder aber auch Direct Routing, dann kann man also den Hub auch direkt über Telefon anrufen. Ja genau, diese Updates sind im Store verfügbar. Vielleicht noch ganz wichtig, die Anzahl der Personen in einem Teams-Meeting ist geändert worden, von 250 auf 300. Also wir haben zukünftig 300 User, die wir quasi in einem Teams-Meeting gleichzeitig haben können. Klar, wenn wir irgendwann dann mal das Thema 7x7 kriegen, wird das auch spannender. Aber ja, also 300 ist die neue Obergrenze. Dann haben wir das Thema Teilnehmerbericht. Wir haben jetzt die Möglichkeit, in einem Teams-Meeting, wenn wir da auf das People-Tab gehen, gibt es hier diesen Button zum Runterladen eines Berichtes. Wie sieht der Bericht aus? Ich habe jetzt mal nur ein Meeting mit mir selber gehabt, deswegen steht da jetzt nicht mehr drin. Aber in dieser Excel-Datei, die man runterlehren kann, kann man sehen, welcher User wann beigetreten ist und wann er wieder rausgegangen ist aus dem Meeting. Also man hat so eine Übersicht, wann ist jemand dazugekommen, wann ist jemand rausgegangen. Wichtig zu wissen dafür, das muss durch den Administrator per PowerShell aktiviert werden. Also die Funktion ist schon da, es wird Ihnen aber der Pfeil nicht angezeigt, wenn das nicht per PowerShell aktiviert wurde. Genau, was wird kommen? Ich habe es gerade schon angekündigt. Da ist es auch schon 7x7. Also wir können mehr Leute sehen. Zoom lässt grüßen. Mal schauen, wie sich das dann entwickelt. Angekündigt ist es jetzt in der Preview für Juli. Im August soll es die Möglichkeit geben, selber zu entscheiden, was man haben will. Und spätestens ab September werden es dann alle automatisch haben, das 7x7-Video-Raster. Was auch angekündigt ist, und da bin ich sehr happy drüber, denn wir brauchen das in der Community-Arbeit ja immer wieder, das ist das Thema Breakout-Rooms. Das heißt, wir sind alle in einem gemeinsamen Team-Meeting drin und es gäbe dann die Möglichkeit, dass wir Breakout-Rooms definieren können, wo also die Teilnehmer aus dem Meeting sich aufteilen in verschiedene Räume. Das können Themenräume sein für verschiedene Präsentationen oder aber weil die was zusammen erarbeiten sollen. und dann gibt es die Möglichkeit, nachdem Sie dort reingegangen sind, Sie können auch rein befohlen werden von dem Moderator und sagen, du gehst in 1, du gehst in 2, du gehst in 3 und dann rutschen Sie danach wieder raus in das gemeinsame Meeting wieder rein, wo wieder alle drin sind. Und auch hier soll es so sein, dass der Moderator auch auf Knopfdruck alle wieder zurückholen kann. Er sagt so, Schluss jetzt, alle wieder zurück ins Team-Meeting. Muss aber nicht so sein. Wir warten mal ab, bis die Funktion freigeschaltet, ab wie es richtig funktioniert. Ich denke, wir berichten dann auf jeden Fall wieder darüber. Dann wird es sich noch ändern, die Meet Now-Funktion, die ja eigentlich im unteren Teil war, in einem Kanal, wird hier oben hinwandern. Das ist sicherlich einfach nur gut zu wissen, damit man es nicht mehr unten sucht, sondern es steht jetzt halt oben, die Sofortbesprechung in den Kanälen. Genau. Das waren die Updates zu Microsoft Teams aus dem Juni und ein bisschen die Vorschau, was jetzt so kommen wird, was neu angekündigt wurde. Ich freue mich über jeden Follower auf LinkedIn. Ich mache eine ganze Menge dort und natürlich auch hier auf YouTube das Subscriben meines Channels, damit Sie auch immer die Updates dann alle mitkriegen. Vielen Dank. Vielen Dank.